ok alles gut shit ja bitte kipp mich nicht bitte 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 jessica wirklich wirklich das war doch jetzt kacke aber richtig also was lernt man? Munitionfeuer aufheben Munition Aufzug noch nicht rufen das ist kral gut kalt Munition alles nachladen ist alles nachgeladen mhm mhm warte ich rufe mir den Aufzug und gehe in einen anderen Raum maybe funstert ja oh ich gehe einfach hier sie sind hier ich glaube sie kommen dann entwege sie sind nicht sicher ich bin nicht jeder auf dem Munition ne der kommt da lang nein der kommt nicht das sie mal lächelt weißt du wie wir uns mit dem Munster eingebissen aber ich lächle hmhm ok ich habe nicht viel Munition ok jetzt muss die Schrot aushelfen und die Pistil ich gehe mal ein bisschen weg ok ah genau zweite ist jetzt tot B.O.W. Jäger ja er ist ja nicht da jetzt bloß nicht sterben hm gut Alter sind wir alt ja rot ja nein 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 G-Sticker, komm! Schön, alle tut! Ja! Buu, 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 buu! Das war ein schwieriger Boot! Oh, schon wieder! Verrückt! Ah! Ah! Ja, von der Erdoberfläche gefakt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Sieht irgendwie schön aus. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich! Tja, vergiss nicht das Hummer-Essen, das du mir schuldest. Hm. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Nachdenken. Achso! Helikopterlanderplatz. Die Zeit wird knapp! Wir müssen zu ihm! Ich weiß. Hier kommen aber gleich sowieso noch welche. Ist hier noch irgendwie Munition? Teilung! Wir müssen los! Jo! Die Dame zuerst! Ich weiß nicht! Sie können noch auswählen. Achso, ich dachte wir wären noch da auf dem Platz. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das war eine Kettenreaktion. Sie, da unten. Die Stadt ist so hell. Der Grieche ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Boah, echt gut gemacht. Ganz ehrlich. Props to you, man. Besiegen Sie 150 Feinde. Krass neue Waffe. Inhalt wird gespeichert. Speichern beendet. Weiter. Raimund, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Ha, ha, ha. Antworte, Raimund. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raimund, bleib sofort stehen! Wer etwas ändert, muss sich doch mal die Hände schmutzig machen. Was sollte das heißen? Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Was ist da los? Wir müssen auf dem Schiff antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Brücke durchsuchen. Oh. Da sehe ich schon Kraut. Und Munition. Hier habe ich immer nur noch die eine Waffe. Funktioniert nicht. You don't say. Okay. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Irgendwas. Munition. Whatever. Mh... Nee. Hier komme ich bestimmt durch. Oh, hier ist ein Steuerrad abgedüttelt. Und hier kann man durch. Da ist ein Schlüssel. Steuerradschlüssel. Ach. Jetzt kann ich überall durch wo eine Steuerer drauf ist. Schrotgewehr Munition. Warum habe ich das bekommen? Ich habe kein Schrot. Gewehr. Spezialzubehör aufgenommen. Und das ist Pistolen Munition. Und hier ist eine Granate. War Falle. Oh. Hier könnt ihr jetzt auf Pause drücken. So. Das Resen hier da auch also. Mach mal durch. Oh. Jetzt kann ich also dort lang. Steuerradschlüssel verwendet. Irgendwas? Nö. Hier bestimmt wieder ein BOW. Oh, das ist einfach gar nichts. Doch, da ist ein Mann. O. O. Mö. Mö. Bääääääääää. Wie schrecklich. Muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Jo. Geschichtetes. Tarnage. Passagiere. 2200. Okay. Oh. Jetzt habe ich das Wappen. Endlich. Jetzt kann ich auch da immer durchgehen. Karte. Auch hilfreich. Das hat er doch gerade gesagt. Oh sie. Funktioniert nicht. Wie komme ich hier noch raus? Achso. Woher kennst du ihn? Munitionskiste. Öl. Die Munitionskiste. Wie jetzt. Mensch. Ach. Ach. Wie kann ich... So. Ein Moment. Ich hole mal die Munition da unten. Die da noch war. Wo hat die denn? Ich glaube hier links. Ich glaube hier links. Hm. Jo. Jo. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Um ähm... Ah da kriege ich auch die Schrot. Denk ich mal. Hoffe ich mal. Hier noch irgendwas. Okay. Ist auch nichts mehr. Nein. Okay. Dann gehe ich mal wieder zurück. Bestimmt wieder tausend Monster warten. Hm. Achso. Und nochmal sieben Prozent. Keine Munition. Hier muss Munition drin sein. Auch nichts. Aber dort. Hm. Aber... Oh. Hier ist gar nichts mehr. Hier noch etwas. Nö. Und auch nicht. Kein Monster. Ähm. Ich gehe mal da hin. Was? Was ist das denn? Warum liegt das? Muss ich hier lang? Ich hoffe es mal. Ah hier kann ich jetzt auch lang. Ist hier irgendwas. Hier ist rein gar nichts. Wie es aussieht. Nö. Da vielleicht. Nö. Ich kann mich hier ausruhen. Auch nicht. Darf ich mich noch nicht mehr ausruhen. Was? Muss ich denn jetzt lang? Ah. Da muss ich lang. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber... Ich hoffe das. Irgendjemand? Nein. Ähm. Wenn ich da reingehe. Wenn ich da reingehe. Ist das nützlos. Wie man vor Karte sieht. Hier ist auch nichts mehr. Irgendwie eine Karte für. Nein. Ich gehe mal da in den Raum rein. Ich will mal gucken was da ist. Ah. Hier war die. Gun. Wilhelm. Aufgenommen. Ah. Ach du Scheiße. Zack. Jo. Jo. Geil. Geiles Wappen. Nicht irgendwie wieder mitnehmen. Nein. Schade. Ich muss ihn hier sehen. Da. Ich weiß grad gar nicht wie ich genau lang muss. Ah. Hier muss ich lang? Ist hier jemand? Ne. Sieht nicht so aus. Ist hier irgendwas? Nein. Sieht auch nicht so aus. Sieht auch nicht so aus. Hier muss ich... Da lang. Dort. Aua. Was wird das denn? Was will der? Hier. Noch einer. Piss mich nicht, wa? Komm. Jetzt bist du tot. Jetzt mal wieder das heilt grad an. Ein Anker fiert hier vielleicht. Jo. Was hier? Komm. Rein. Ey. Komm rein. Achso. Ding, 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 du, ding, du. Ding, 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 ding. Dort ist der Norden. Ach, scheiße. Also, hier hat's jetzt... Ich habe gar keine Ahnung, aber was ich jetzt weiß, ist, dass ich jetzt, ähm, ja, eine Aufnahmepause mache. Ja. Bis zum nächsten Mal sag ich, also, kommentieren, bewerten, abonnieren, was auch immer. Ihr könnt's machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, gebt mir Feedback. Und das war's von mir. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.